Wir sind Dominik und Katharina und wir studieren Umwelt- und Bioressourcenmanagement an der BOKU in Wien. In meinem Studium lerne ich, wie ich Prozesse nachhaltig optimiere, dass die Zukunft für die Gesellschaft, für Menschen und die Umwelt besser sind. Mein Studium bietet mir die Möglichkeit, meine Interessen Umwelt, Technik, Soziales und Politik miteinander zu verbinden und bereitet mich gleichzeitig auf die Berufswelt vor. BOKU ist für mich ein Ort der Vielfalt und des Zusammenhalts. Und die Menschen, die ich kennengelernt habe und die Gemeinschaft, das, was die BOKU für mich ausmacht. Ich studiere Umwelt- und Bioressourcenmanagement, weil ich mein Wissen in verschiedenen Gebieten erweitern will und es nur hier den BOKU Spirit gibt. Studiere auch du an der BOKU und gestalte mit uns die Zukunft.